Für die Partnersuche ist das Internet Segen und Fluch zugleich. Nirgendwo sonst kann man so viele Menschen in kürzester Zeit kennenlernen. Allerdings ist es auch der perfekte Ort, um das wahre Ich hinter einem falschen Profil zu verstecken. Genau da setzt auch die Liebesbetrugsmasche das Love-Scamming an. Die Betrüger kontaktieren ihre Opfer per Mail, über Facebook, über Singlebörsen, Datingportale oder andere soziale Netzwerke und bauen so über einen Zeitraum ein Vertrauensverhältnis auf. Das Ziel ist aber letzten Endes, sich möglichst viel Geld zu erschleichen, aber auch persönliche Daten. Warnt Tim Berkhoff vom Online-Security-Experten G-Data und erklärt, warum diese Betrüger mit ihren Fake-Profilen zunächst nur schwer zu erkennen sind. Dafür verwenden sie Bilder von attraktiven, in der Regel hellhäutigen Menschen. Und das fängt auch alles eigentlich ganz harmlos an und entwickelt sich dann über ein paar Wochen zu einer ausgewachsenen Online-Romanze mit allem, was dazugehört. Außerdem werden auch ganz häufig dramatische oder ausgefallene Lebensgeschichten präsentiert, um das Ganze noch glaubwürdiger zu machen. Hellhörig sollte man spätestens dann werden, wenn es um Geld geht. Wenn der vermeintliche Flirt behauptet, dass er das Flug- oder Zugticket für ein Treffen nicht bezahlen kann oder ihm das nötige Kleingeld für eine dringende Reparatur am Auto oder sogar für eine Operation fehlt. Manche versuchen auch, eine Kopie vom Pass oder vom Personalausweis sich zu erschleichen und begründet wird das meistens mit Zoll- oder Visumsformalitäten. Aber eigentlich geht es in dem Fall nur darum, Daten für gefälschte Dokumente zu ergattern. Wer unsicher ist, sollte im Internet suchen, ob der Profilname in Verbindung mit Betrügern auftaucht. Auch die Rückwärtsbildersuche kann eventuell Hinweise geben. Aber auch wenn es keine Einträge gibt, ist man nicht unbedingt auf der sicheren Seite. Es ist natürlich auch ganz wichtig, dass Sie Ihren Rechner, Ihr Smartphone und auch das Tablet mit einer leistungsfähigen Sicherheitssoftware, wie zum Beispiel der von G-Data, absichern. Denn die Betrüger schaffen es immer wieder, PCs und Smartphones der Personen, mit denen Sie schreiben, zu hacken, um sich so persönliche Daten zu ergaunern. Halten Sie auch die installierten Programme immer auf dem neuesten Stand, denn nur mit regelmäßigen Updates lassen sich Sicherheitslücken schließen, die Betrüger sonst ausnutzen könnten.